Hallo, ich sage Ihnen hier aus der Kraftwelt mit eurem Teamart und unserem heutigen Beziehungs-Unternappsy-Training. Wir werden heute arbeiten mit einem Stuhl und unter dem Stuhl bitte eine Yoga-Matte legen, damit dieser Sie versteht und während dem Training nicht wegrutscht. Gut. Außerdem noch Wasserflaschen für verschiedene Workouts. Dann noch dazu. Die Größe wählt ihr selbst. Hände ja schon an. Gut. Und wir beginnen mit der Eingangs-Mode. Über die rechte Seite tief ein. Und aus. Und tief ein. Einmal ein. Und die linke Seite. Einmal links. Jawohl. Und wir stehen. In den Knie. Gebeugt. Und wir beginnen mit dem Knie. Gestreckte Arm zur Seite. Und seit heben. Arm. Rechts. Und rechts. Bein. Den Rand ziehen. Und mit Kraft nach Hause kommen. Arten fest. Rücken gerade. Und von Anfang an schön rechts atmen. Standbein gebeugt. Bein nicht abstellen. Schön im Einbeinstand arbeiten. Jetzt wieder. Jetzt wieder. Oben. Die Sch�나 scharfen. Wollen wir den Knie nehmen. Jetzt empfehlen. Knie verheizen. Du wohnen. Wir werden mit den Knie verheizen. Wir bleiben mit dem Knie verheizen. Wir werden mit den Knie verheizen. Wir werden mit den Knie verheizen. Und auslocken und halten die rechte Seite. Standbein rechts tief gebeugt, links die Zehen ranziehen und die Seite abweichen. Bauch fest, Standbein rechts gebeugt. Den Karten nach oben kommen. Und durchatmen, ausarbeiten. Sehr schön. Kontrolliert euren Bauch. Der Hand flacher, den Bauch legt. Den Bauchspannung schön halten. Noch vier. Drei. Zwei. 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 Und auslocken, Schultern mit aus und abnehmen. Durchatmen. Gut. Und wir wechseln die Seite. Standbein links. Schönen vollen. Rechts die Zehen anziehen. Und gestreckte Arme nach vorne. Seid gleich. Bein dazu. Sehen schön ranziehen. Mit Kraft arbeiten. Auch wieder fest. Rücken gerade. Schon dann tief hin. Sehen schön ranbezogen halten. Mit Kraft arbeiten. Nach oben. Siehst du den Karten. Drei. Zwei. Letztes Mal. Erbebekommen. Apropen. Durchatmen. Halt. Und halten. Statt ein, rechts. Links die Zehen anziehen. Und. Mit Kraft nach oben kommen. Und. Rücken. Stabil und gerade. Ohne Stimmung. Kraft nach oben kommen. Wieder rein. Durchatmen. Die Atem so schön halten. Vier. Drei. Zwei. Und lösen. Und wieder schnell auslaufen. Auf der Stelle das Wirbeln. Durchatmen. Und halten. Beugen. Okay. Das rechte Bein. Rechter Hüftbeuger. Rechter Bizeps. Und mit Kraft nach oben kommen. Zehen anziehen. Rechte Hand nach Haus. Bauch ist fest. Rücken gerade. Und mit Kraft nach oben kommen. Rechter Hüftbeuger. Shaft. Und mit Kraft arbeiten. Schulter tief und hinten. Durchatmen. Noch vier. Drei. Die Kurze ist schön schön. Wie lange die Hüfte ist. Arbeiten. Nur den Unterarm. Noch einmal. Und lösen. Ja, ach so kam. Arme ausschütteln. Und halten. Wir werden die Seite steigend rechts. Tief gebeugt. Linke Hand zur Faust. Links die Zehen anziehen. Und mit Kraft zu hoch. Die Gurke bleibt an der Hüfte. Spannung mit dem Bizeh durchgehend halten. Spannung mit dem Bein. Rechtes Bein befolgt. Gleich schön aus im Einbeinstand. Atmen. Nicht zu schnell arbeiten. Und oben. Ja, sehr schön. Noch vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Wir rücken. Kürzen. Und marschieren. Manche Dinge auch mitnehmen. Locker. Hände ausschütteln. Und wir halten. Beugen. Und Maske fest. Beden. Und wir wehlen. Den Bizex. Bauch nach Bauch sein und dann sitzen die Stuhl wegziehen. Und wir gehen lösen, waschen und lockern. Und nähe wieder vorher, dann handeln wir nach unten ziehen. Und linkes Ohr zur linken Schulter. Und langsam noch ein bisschen zur anderen Seite. Und dann handeln wir nach unten ziehen, rechts vor, weiter schreiten. Und wieder lösen, Ausdruck haben. Hier bleiben wir vorher kaum, es lässt drücken gerade. Und wir drehen langsam den Kopf von Seite zu Seite. Mobilisieren die Halswirbelsäule, ganz langsam bewegen. Nicht hochartig. Noch vier. Drei. Zwei. Letztes Mal. Jawohl. Maschieren. Und locker mit. Ein Öffnen mit dem Schritt. Und schließen. Schreiten. Schreiten. Und wir halten. Hier beugen. Nicht weit von der Seite. Und wir arbeiten mit dem Prinzip. Das heißt, ich arbeite nur der Oberkunde Arm. Wir drücken nach hinten weg. Rechts den Sehen anziehen. Und rechts die Beine anziehen. Und rechts die Beine anziehen. Nach hinten arbeiten. Mit der Wade. Mit dem Kopf. Stehle Boden bleibt an dieser Stelle. Rechte Zehen anziehen, links Standbein beugt. Mit Atmen hinten kommen, durchatmen. Jawohl, wir werden mit selbst hinter das Bein. Vier. Drei. Zwei. Ja, und kurz ausdrücken, die Seite wechseln. Standbein rechts tief, kommt mit der Verlängerung der Wirbelsäule. Schultern tief in hinten. Linke Hand zur Faust. Links die Zehen anziehen. Und jetzt Kraft nach hinten. Jetzt abweich nicht nur der Unterarm. Mit Kraft schön in den Vorwein arbeiten. Mit dieser Reine Oberschenkel. Schönen Einbeinschlag arbeiten. Nach nächstem Weg drücken. Jawohl. Mal die Atem decken. Noch vier. Drei. Zwei. Jetzt noch einmal. Ja. Und ausdrücken nach vorne. Wir beugen. Die Arme über Kreuze über die Zehen. Sehr gut. Zwei. 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 Ausatmen. Und wir halten. Wir beugen. Wir gehen mit dem Hinz. Rechte Hand auf den Rücken. Am Elbogen noch hinten ziehen. Wir beugen. Eben halten, die Wechselseite, linker Hand flach auf den Rücken, am linken Tor rüber zu ziehen, nach oben schrecken, oben, ab und allesamt, nach vorne hängen lassen, durchatmen, aufrichten, gut, wir arbeiten hier weiter, und zwar strecken das Bein nach vorne, links Bein voll, rechte Zehen ranziehen, und wir kommen in den Bagger frei, und kommen mit dem rechten Bein zur linken Seite, gut arbeitet, Spannung rechten Bein, linken Bein gebeugt, und leicht schön aus, Hände über los, Spannung rechten Bein schön halb, und ihr Lebo geschließen, voll, auf Brusthöhen, schön im Allgemeinenstand arbeiten, ja, sehr schön, noch vier, drei, zwei, letztes Mal, und lösen kurz, schön atmen, auch während der Ausstürung drauf achten, Standbein, rechte Zehen gebeugt, und links die Zehen ranziehen, und legt jetzt bei, mit Kraft nach rechts, mit Kraft nach rechts und regen, gut, spannung rechten, schweigen die Bein prassen, ja, was, sehr schön, und Brustarbeit, Brust ist gut, ständig fest, jawohl, sehr schön, noch vier, drei, zwei, Zwei. Tens. Mal. Gut. Atmen. Und noch abnehmen. Sehr schön. Und verwalten. Und den Fuß beugen, und halten. Und gestreckte Arme in Richtung Decke bringen. Und lösen. Und die Länder auf die Knie legen und den Brücken langziehen über die gestremmten Arme. Und in der Verlängerung der Hirnsäule. Durchatmen. Und jetzt rechte Schulle Richtung linkes Knie bringen und halten. Durchatmen. Und langsam geht's zur anderen Seite. Zur Mitte kommen, wir gehen nach vorne, gehen auf die Brust. Die Dehnung halten, weiter atmen. Und lösen und langsam geht's aufrichten. Und dann bescheren. Ja, gut. So, wir halten, nehmen uns den Stuhl, dehnen die Beinmusikulatur, heute mal sitzen. Hier. Und das Knie absetzen. An die Kante rutschen, linkes Bein abstellen. Und das rechte Bein schön ranziehen durch die Brust. Kupfen, der Verlängerung der Hirnsäule, rechte Zehen anziehen. Durchatmen. Und langsam die Seite wechseln. Rücken schön gerade halten. Und linkes Knie, linke Brustseite. Zu da tief und hinten. Denn jetzt Rückseite, Oberschenkel hoch. Und mit Füße. Jawohl. Wir setzen uns auf die Ingebo-Seite. Oberkörper gleich nach vorne mit der rechten Halb abschütteln. Und am rechten Sprunggelenk fassen. Ingebo-Schenkel hoch. Lichten ziehen. Mit den rechten Vorderseiten, Oberschenkel. Und dann noch die Böse. Und bis jetzt auf die rechten Kohlseite. Oberkörper gleich nach vorne mit der rechten Halb abschütteln. Linkes Sprunggelenk. Lichten Kohl ziehen. In geraden Halten. Den Kalsen atmen. Und dann wieder. Und auf die Kante sitzen. Bein nach vorne gerichtet. Die Fersen aufstellen. Und die Zehen ranziehen. Wie gesagt, wichtig ist bei dem Vorder-Trading, dass ihr eine Matte unter den Stuhl legt, dass er festen Stand hat. Und bei Oberkörper auch nicht wegrutscht. Jawohl, ein Bein ran. Das andere ran. Bein nach außen öffnen. Zehen nochmal ranziehen. Oberkörper leicht nach vorne folgen. Und wieder nach hinten. Ein Bein schließen. Das andere ran so. Und ab. Tief ein. Und aus. Tief. Und aus. Liedes Mal. Jawohl, sehr schön. Gut. Wir machen eine kurze Trinkpause. Komm mit Schwung nach oben. Und bleiben wir etwas in Bewegung. Rinken kurz was. Und dann geht's weiter. Wir bräuchten dann unsere Wasserflaschen. Die Wasserflaschen bitte mitnehmen an den Platz. Und vor den Stuhl stellen. Absitzen. Absitzen. Und dann spannen. Und dann spannen. Flaschen fest und greifen. Gut. Wir beginnen. Mit der Grundstellung. Oberarm ist parallel zum Boden. Und ich komme oben mit den Flaschen fast zusammen. Und ziehe dabei. Das ziehe nach oben. Bauch ist fest. Rücken gerade. Mit Kraft nach oben drücken. Immer schön die Zehen ranziehen, wenn das Bein nach oben kommt. Und schön mit Kraft arbeiten. Sehr schön. Und schön langsam ohne Schwung. Jawohl. Arme schön in die Strecke umbringen. Und das Bein mit Kraft anziehen. Rücken bleibt ruhig und stabil. Schön durchatmen. Vor ein paar Schaffungen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zieb. Letztes Mal. Ja. Und abstehen. Wir stellen die Geraden. Hüten lassen ab. Und neben zur Seite. Rechts Richtung Boden ziehen. Hüten bis vor zur Hüten, Schultern. Den rechten Schultern. Den Nackenbereich. Und atmen. Und dann kommen wir zu der anderen Seite. Und zur Mitte kommen. Und zur Mitte kommen. Bis gerade wird. Die Flaschen wieder nach oben holen. Und noch ein Rückgang. Wie gesagt, schöne Zehen ranziehen. Mit dem Bein nach oben kommt. Und mit Kraft durch die Decke. Waschen fest und treiben. Und mit Kraft nach oben kommen. Beim Hochkommen ausatmen. Schön über die Schulter arbeiten. Bauchnübungen gut fest. Wir sind gerade. Mit Kraft Richtung Decken drücken. Wir wählen wieder Geschwindigkeit. Wiederholungszahl und Gewicht selbst. Und ihr geht immer nur so weit, wie es angedeckt ist für euch. Wenn ihr Übungen nicht passen. Einfach weglassen. Ein bisschen in Bewegung bleiben. Und bei der nächsten Übung einsetzen. Vier. Drei. Zwei. 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 Ja. Und geraten drücken. Flaschen nach vorne absetzen. Und nach oben. Ganz lange nach oben. Durchhört hin. Und am rechten Kassengelenk nach links ziehen. Inhalten. Verrückst du zum Atmen. Lassen wir jetzt zur anderen Seite. Blüten und lösen. Und alles wieder nach unten hängen lassen. Tief ein Absatmen. Und wieder aufrichten. Schöner leicht auf und abnehmen. Gut. Die Flaschen können zur Seite gestillt werden. Wir stehen den Schwung auf. Stellen wir vielleicht schon auf die Seite. Wauen wir nachher noch mal. Und machen wir unsere zweiten Übung weiter. Brustschultertraining. Eigentlich eine ganze Oberkomme schon dabei. Schwulen. Seitlich stellen. Das ist ein Lehmemicht statt. Auf sicheren Stand achten. Gut. Hinten ab. Und kommt zur Übung. Wir machen jetzt Push-Up. Das heißt, wir haben Liegestütze. Im Knie aufgestützt auf den Stuhl. Wir gehen ab. Wir gehen gerade rutschen. Über die Knie als Knie. Das andere als Knie nachzunehmen. Frisch den Knie auf. Jeweils an den Enden des Stuhls. Nier nach hinten stellen. Zingerschpitzenzeit nach vorne. Weitere. Westen heben. Hinten. Die Beine vor Beußen. Und oben heben. Die Weitere Knie nach unten machen. Das ist jetzt nicht ausprobiert. Rückenweite gerade. Koppeln mit Verlängerung der Wirbelsäule. Und ab. Wieder hoch. Langsam ab. Und die Kraft wieder nach oben drücken. Langsam ab. Die Ellenbogen. Gehen nach hinten weg. Und die Kraft wieder nach oben drücken. Die Brücke ist ganz ruhig. Und stattdessen. Puschen. Aus der Brust raus. Wieder nach oben drücken. Einatmen. Ausatmen. Tief ein. Wichtig ist auch hier, bei dem negativen Weg, dieser hier, langsam ab. Mit Kraft wieder nach oben drücken. Das heißt, die Muskulatur bremst praktisch das Körpergewicht ab. Langsam einatmen. Mit drücken. Ausatmen. Sehr schön. Und noch vier. Schatten hier. Ja. Noch drei. Langsam abnehmen. Masse zu. Noch zwei. Und letztes Mal. Die Knie etwas anholen. Beine nach hinten abstechen. So, die Knie lang machen. Durchatmen. Und die Arten zur Seite. Nach hinten. Die Knie etwas anziehen. Und die Knie. Und alles. Mal vor die Knie lassen. Ausatmen. Und wieder auf. Gut. Man kann diese Übung auch etwas abholen. Das heißt, man kann es als Ralf-Übung machen. Falls die Aufruf- und Abredung zu anstrengend wäre, dann einfach Knie wieder nach hinten nehmen. Einfach halten. Einfach halten, ja? So, wie es angenehm ist für jeden selber. Das wäre dann eine Statisch-Übung. Eine Halt-Übung. Und drehen wir da mal auf. Sehr schön. Mit ganzem Oberkörper. Einfach halten. Achtung. 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 Alle anderen, die keine Probleme haben, die auch nicht mehr abzulegen haben. Die Arbeiten jetzt weiter. Wieder schütteln. Gleich nach vorne. Und wieder nach vorne. Und wieder nach vorne. Lange nach vorne. Und auch hoch. Und wieder nach vorne. Und wieder nach vorne. Bei der Probleme haben wir die Nühe, legt sich einfach mit Füßen runter oder nehmen Sie noch einmal an der Stelle. Oder nehmen Sie noch einmal an der Stelle. Einmal nach vorne und nach vorne. Und wieder nach vorne. Noch ein paar Schlafen noch zusammen. Und dann kann man nie so schneller werden, wenn wir alle anderen abgehen. Noch vier. Drei. Zwei. Und letztes Mal. Ja. Wieder anfangen. Ja. Jetzt bleiben wir noch ein Stückchen. Auf die Hände. Arme. Halt, Statt. Und Muskeln. Und Muskeln. Sehr schön. Und eins. Lockern. Einen. Zwei. Beide Hände. Andere in die Wüste. Und das halt sehr gut nehmen. Und wieder auf die Hände. Zwei. Auf der anderen Seite, Wege bleibt stoppiger, frei stehen und nach vorne kommen, die Hände auflegen, wieder zurückgehen mit den Knie, nach hinten absetzen, die Ohren durch die Oberarme nehmen, die Hände geraten, rücken über die langen Arme, ganz lange lassen gehen, nicht Atmen, langsam aufrichten, gut, wir stehen wieder auf, über die Knie, rechts Bein aufstellen, auf dem rechten Bein abstützen und langsam ausrichten nach oben und das Ausbegrenzen, ganz nach dem Rest alles, tief in den Aussagen, gut, Beine ausziehen können und noch etwas Arbeit für die Beininstallatur, auf 18, wie gesagt, also der Stuhl sicher steht, ok, rechts Bein abstellen, linkes Bein weit nach hinten, auf den Zehen stützen, gut, sicher bestanden, halten, bestützen und auf dem rechten Bein ab. Wichtig ist, das linke Bein muss weit nach hinten und auf den Zehenspitzen bleiben, rücken gerade, kleinen Wegen nach unten, aufrichten, über die Zehenspitzen, rechter Punkt weg, stabil stehen, Knie schieben nicht nach vorne, Spannend schön halten, hoch und weit, recht atmen und schön nach unten, hier, dies rechtes Knie bleiben, schön hoch und durch da bochen, satt es weit zur großen Bewegung, wichtig ist, die Spannung zu halten, linkes Liege,きesem Boden, 4, 3, 2, Zwei. Jetzt das nach. Jawohl. Bein abziehen. Abstellen. Auflockern und atmen. Jawohl. Und hier wird es in die Seite. Linksbein aufstellen. Festgestand. Rechtsbein. Weit nach hinten. Auf die Sehenspitze. Auf die linken Knie abstützen. Und auf und ab. In das Knie schiebt nicht nach vorne. Spannend schön hochhalten. Auf die Sehenspitze bleiben. Und hoch. Langsam ab. Mit Kraft. Zünderaden halten. Und auf und ab bewegen. Dann hoch. Ausatmen. Dann wappen ein. Spannend schön halten. Hupfen. Hupfen. Sehr schön. Noch vor schaffen. Noch vier. Mit Kraft. Auch langsam abgehen. Drei. Hochheben. Zwei. Noch einmal. Abziehen. Absitzen. Und locker marschieren. Durchatmen. Durchatmen. Sehr schön. Und nach vorne aufgehen. Bis hoch und hoch auslockern. Tief Bein ausatmen. Hupfen. Und wir wechseln nochmal die Seite. Durchatmen vorbei. Schaffen wir auch. Rechts Bein aufstellen. Sicherer Stand. Links Bein weit nach hinten. Auf die Zehenspitzen. Rechts abstützen. Durchatmen gerade halten. Und. Spannend. Linke Bein. Mit der Brustseite. Linke Haare drücken. Aus- und abbewegen. Rückführen. Ja. Langsam aus. Kraft hoch. Spannend schön halten. Durchgehen. Sehr. Auf. Noch vier. Zwei. 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 Oh ja. Wann sich. Und aufhören. Huh. Hier. Einweiterbette. Links. Versuchen. Bein weit nach hinten. Aus die Zehenspitzen. Rücken gerade halten. Spannend. Die Beine hoch. Und langsam. Aufwärts. Auf den Zehenspitzen bleiben. Rechts kniege. Boden. Legen. Nicht nach voll. Langsam ab. Ausatmen. Haken. Haken. Ein. Schön gespannt. Haken auch fest. Jawohl. Noch vier schaffen zusammen. Noch vier. Zwei. 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 Anziehen. Und waschieren. Durchatmen. Jawohl. Zwei. Wahrscheinlich spüre jetzt schön, die Zähne feinen. Schön durchbrübeln. Nach hinten in der Beinmuskulatur. Po Muskulatur. Gut. Schön atmen. Trennen. Gut. Wir halten. Den Schul wieder auf. Und dehne nochmal die Beinmuskulatur in sitzen. Absitzen. An die Kante sitzen. Und jetzt schön. Rechte Beine anziehen. Beinmuskulatur. Und dehnen. Schön bearbeitet. Und lösen. Wechseln. Schultern tiefen hinten. Halt. Atmen. Und lösen. Bis jetzt. Achtung in die Kursseite. Hinterhand schießt ab. Und. Rechte Sprunggelenk. Halten. Und Ferse zum rechten Po hochziehen. Rechte Kursseite. Gut atmen. Lachen lösen. Seite hinzeln. Rechte Kursseite. Rechte Arm schießt ab. Linkes Sprunggelenk. Halten. Und die Ferse zur linken Po hochziehen. Durchatmen. Und lösen. Nach vorne sitzen. Die Ferse davon abstellen. Zehen abziehen. Inhalten. Durchatmen. Und Beine nach außen aufstellen. Aber kann leicht nach vorne. Zehen abziehen. Nach hinten. Und wieder nach hinten sitzen. Ein Bein ran. Das kommt wieder dazu. Gut. Okay. Kommen wir zu unserer letzten Übung. Etwas Bauch-Rücken-Training. Und zwar machen wir nach hinten sitzen. Good morning. Das heißt, wir gehen mit geraden Rücken. Auf und auf. Das heißt, das Rücken bleibt gerade. Nicht im Grundrücken verfallen. Und auch nicht im Lendenwirbelsäulenbereich. Wie abkippen oder so. Gut. Wir stehen auf. Und laschen. Schön über die Knie abgehen. Über die Knie wieder aufrichten. Nach hinten absitzen. Auf die Kante sitzen. So. Jetzt ziehe ich das Gewicht an. Sprich die Flaschen. An den langen Armen hängen lassen. Ungefähr Hüftbreit. Auf eine stille Fußsohle. Im rechten Winkel. Im Kniegelenk. Wir gehen langsam ab. Und die Geraden rücken wieder auf. Schön langsam abdrehen. Dann arbeiten wir auf die Muskulatur. Und wenn ich mich wieder aufrichte. Dann arbeiten wir gut. Die Rücken muss gelassen. Einatmen. Ausatmen. Die Bauchsponten durchgehen. Halten. Seien zwei Seiten. Für euch. Rücken gerade halten. Gerade. Langsam ab. Gewicht abtanzen. Und wieder aufrichten. Und wieder aufrichten. Und wieder aufrichten. Die Bauch ist ruhig hier fest. Mit Kraft hochformeln. Wieder rücken arbeiten. Langsam abdrehen. Wenn der Bauch arbeitet. Und wieder aufrichten. Ihr könnt die Übung auch ohne Gesicht ausführen. Einfach nur für Bewegungsverkauf ausführen. Ist auch schon sehr gutes Rückentraining. Einatmen. Hier werden sie tief und hinten. Und vielleicht eine Verlängerung der Wirkensäule. Sehr schön. Angeatmen senken. Einatmen. Nach vier. Und dann hoch und noch ausatmen. Nicht schneller werden. Nach zwei. Einmal. Sehr schön. Die Flasche mit geraden Augen abstellen. Nach oben dehnen. Und atmen. Die Arme ab. Und zur Seite neigen. Und lassen wir die Seite. Zur Seite. Zur Seite. Zur Mitte kommen. Und alles ganz locker. Nach vorne hängen lassen. Kommt mit die Knie. Alles locker zu lassen. Atmen. Alles locker zu lassen. Die Hände und die Hände aus. Gut. Wir fahren mit die Flaschen. Kommt mit geraden drücken nach oben. Und spielen noch ein paar wiederholungen durch. Aus unserer ersten Übung ausgekannter Sitzen. Die Hände und die Hände ausstellen. Die ganze Fußsohle steht auf und oben aus. Wir gehen mit geraden drücken ab. Kurze Verlängerung der Hände bis zu lassen. Langsam abgesehen, noch ein bisschen mit Kraft ausrichten, ausatmen. Einatmen, mit Kraft ausrichten. Einatmen, mit Kraft ausrichten. Noch ein paar Schöpfungen zusammen. Noch vier. Zwei. 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 Jawohl. Das schon weiß, wir müssen gerade gut aufstellen. Zwei. Zwei. Hänge nach vorne. Halte nach vorne. Halte nach vorne. Halte nach vorne. Halte nach vorne. Hin auf den Brust und über den Brunnen. Halte. Tief ein Ausatmen. Und lösen. Und nochmal alles nur von der Brunnen hängen lassen. Ein Ausatmen. Hoch. Die Wasserflaschen mit geraden Machen wieder mit nach oben nehmen. Jawohl. Und noch eine letzte Öko für die Rumpfmuskulatur. Das Seiteneigen. Bauchnabel nach innen ziehen. Und rein aus dem Oberkörper raus. Die Wasserflaschen nicht nach Boden bringen. Bauchspanden durchgehend halten. Jawohl. Sehr schön. Drauf warten. Schön sauber zur Seite neigen. Einatmen. Lüben ausrichten. Ausatmen. Einatmen. Lüben ausrichten. Ausatmen. Einatmen. Und drauf warten. Sehr schön. Durchgehend die Bauchspanden halten. Ausatmen. Ganz wichtig. Nicht auslassen. Entspannung. Und die Ordnung denken. Ausatmen. 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 Beide Handbecken. Beide Handbecken an den Hüsten legen. Einatmen. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Und wieder aufrichten. Jawohl. Wir machen noch einen Durchgang. Nehmen wir gerade. Und abnehmen. Lachen. Nach oben. Und noch ein Durchgang. Seitneigen. Wir sitzen wieder auf der Kante. Hüftbreit. Fußsohle stehen. Ganz auf. Rechter Ringling. Kniegelenk. Und Bauchnach nach innen ziehen. Und über den Kopf zur Seite neigen. Und raus wieder aufrichten. Bauchspannung schön halten. Einatmen. Ausatmen. Das Gewicht schön abbrechen. Jawohl. Sehr gut. Ein. Spannung. Na, jetzt noch ein Beste bar. Langsam an. Und Ausatmen. Unter vier. Mit Platz gehen wir aber. Auf zwei. Und letztes mal. Und ich brauche noch die Flaschen abstellen, ich lasse nach hinten sitzen und ganz lang machen die dritte Köln, durchatmen und ab, Beine etwas öffnen und alles locker noch vor der Hänge lanze, zwischen den Knie, mitatmen. Ausrechnen die Knie, gebeugt halte Elbebogen auf die Knie legen und den Rücken über den Oberarm, den Kopf in der Verlängerung der Knie legen, losatmen, diese Dehnung nach links verlagern, das heißt rechte Elbebogen, ausrechnen die Knie legen, drunter wagen halten. Und langsam links über die Mitte, die Knie im Bogen, aufs rechte Knie legen, Oberkörper nach rechts drehen. Und wir kommen zur Mitte, nach oben, noch beide Arme nach vorne, Falten nach außen drehen, Hinten, Arten, Brusten, über den Mundschiffen nochmal schon lehnen. Nach oben, langsam lösen, und wir atmen zum Abschlusspunkt ein, über die rechte Seite, zur Seite aus, noch einmal, und aus. Gut, okay, ich hoffe, ihr habt Spaß mit unserem heutigen Training, ich freue mich auf nächste Woche und tschüss. Tschüss!